Hallo zusammen, ich stelle euch die Posaune vor. Bei der Posaune wird der Ton mit den Lippen erzeugt. Das nennt man Buzzing. Auf der Posaune klingt das so. Mit der Lippenspannung und dem Zug kann ich die Tonhöhe verändern. Dann kann man auch Lieder spielen. Und dann kann man auch noch andere lustige Sachen machen. Posaune spielen macht mega Spaß. Und falls ihr euch fragt, wie ihr so ein großes Instrument spielen könnt, es gibt auch extra kleinere Kinderinstrumente für euch. Also meldet euch doch an. Tschüss und bis bald.